... auf V umgestellt, als noch nicht klar war, dass die Jury, der internationale Verband einmal diesen V-Stil gutheißen wird, indem es keine Punkteabzüge mehr gibt. Ich mag mal zu behaupten, diesen Springer aus Polen werden wir bei den 35 Besten nicht mehr sehen. Der derzeit beste polnische Springer, Czabasza Blusa, ist zu Hause in Zakopane, trainiert, will vielleicht nach Falun, ist auch leicht verletzt.